Belo Horizonte liegt im Südosten Brasiliens und bietet eine einzigartige Kombination aus urbaner Raffinesse und natürlicher Schönheit. Die Stadt bietet eine Vielzahl von Attraktionen, die Touristen besuchen können. Eine der einzigartigen Möglichkeiten, die Schönheit von Belo Horizonte zu genießen sind die Ansichten aus der Luft, gefilmt mithilfe einer Drohne. Diese Bilder bieten eine neue Perspektive auf die Architektur, Sehenswürdigkeiten und Natur der Stadt. Neben seiner natürlichen Schönheit hat Belo Horizonte auch eine blühende Tourismusindustrie. Besucher der Stadt können kulturelle Attraktionen wie Museen, Kunstgalerien und Theater besuchen, die eine reiche Geschichte zeigen. Im Allgemeinen, wenn Sie den Charme von Brasilien außerhalb seiner berühmten Küstenstädte fühlen wollen, muss Belo Horizonte auf ihrer Reiseliste sein.